salut pilot willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal ja meine freunde heute gibt es mal wieder ein kleines cpc gameplay mein equip seht ihr ja das ist eigentlich immer der gleiche muss ich glaube ich nicht allzu viel sagen ich war mit ein paar jungs aus meinem clan zusammen unterwegs ich glaube es war polack schiller man wohl ich glaube irgendwo war normal die auch noch dabei und ja doch ziemlich oft auf gegner getroffen ein paar der spiele habe ich aufgenommen in der zweiten runde habe ich wirklich nicht gut performen überspringt es einfach überspringt es einfach ich habe grottig gespielt in der zweiten runde wie auch immer ich wünsche euch viel spaß beim angucken film ab einmal die licht genauso gut wie jetzt sehr schön gar keine namen aber egal gut ich gebe die clips auf die linke seite und deck die flanke ich weiß nicht ob das helix war ja da ist ein helix der kiste bekommt egal ich gehe jetzt rein damit schon die ich bin auch mit er geht es in der mitte jetzt wie lange hält dein schild noch mal dass die kreis noch drei sekunden Ja, ich schmeiß gleich. Jo, alles gut. Noch 3 gefunden, dann ist es ready. 2. Meine 4, meine 4. 2, 1, go. Boah. Ich bin down, ich geh auf Mortar. 2 raus. Schmeiß die Kuppel nach vorne. Okay, jetzt ist er raus. Die BBS ist raus. Well done. Ich hab mich denn getroffen. Scheiße. Boah, meine Bubble. Kommt jetzt. Habe ich. Habe ich. Wir sind mit Stoff. Digga, das ist knapp. Bring ihn ganz auch in der Karte. Brakes müssen ab. Dürfte der letzte sein. Jo, hab ihn raus. Sehr schön. 1-1-1-1-1-1. Das war ne knappe Kiste. Total knapp. Mega. Du hast den Killshot. Nein. Pauly. He. He. Ja. Ja. Ich hab den Schrauben. Ich hab den Schrauben. Der Gegner. Der Gegner. Der Gegner. Okay, Dorkin. Ich geh mit Eclipse auf die rechte Seite. Ich geh Eclipse Mitte durch. Gut, ich komm dann direkt decken, wenn ich die rechte Seite eingenommen hab. Ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Mein Eclipse ist raus, auch wenn sich der Strahl irgendwie... Links ist ein Eclipse, müsst ihr aufpassen. Bubble ist draußen. Bei mir ist nix, ey. Die verstecken sich irgendwo. Ja, die verstecken sich irgendwo. 3 Meter auf der rechten Seite. Vorsicht, Leute. 3 Stück auf der rechten Seite. Einer davon Helix. Ich bin rausgenommen. Hey, Jungs. Bitte weniger Threshold. Bubble kommt. Ich brauche Rechtshilfe. Und dann jemand hier links und rechts. Ja, ich bin weg. Die sind zu dritt links, glaube ich. Oh, auf der Mitte ist ja was, man. Da sagt ja keiner was. Ich komme jetzt über die linke Seite Richtung Mitte. Ich bin doch ein blöder Bot, der dir die Mitte geholt hat. Ja, ich wollte mir die Mitte gleich wieder zurück. Ich komme über die rechte Seite. Rechts ist so ein Helix, Dude. Mit der Mitte ist runter. Mit der Mitte ist runter. Ja. Helix angeschossen. Ich pushe. Helix ist down. Mitte, Mitte. Ich bin gepusht. Ich bin gepusht. Habe ich. Sauber. Ich gucke mal links, was abgeht. Sehr schön. Ich bin auf der Mitte. Ja, ich bin auf der Mitte. Wir müssen gucken, wir gucken, was wird. Jo, ich steck die Mitte ab. Mord da hinten, Ray. Ich habe hinten links. da sind die zwei low low ein kirch hat und ein eklips die kunden die kugel noch 3 Sekunden, meine noch. Der Morda von denen ist raus. Danke, wer auch immer den weggeschossen hat, den Fett hat. Gerne. Ich bin hinter dir. Okay, Polak links, du brauchst Hilfe, wenn deine... Jo, ich bin dabei. Ciao, Kakao. Jawohl. Easy. Oh. Okay. Ich bin Aegis. Gut. Schönen wir den. Eclipse, linke Seite. Salz, Mitte, dann auch weiter. Die haben auch ein Aegis. Jo. Ich bin hinter dir, Chiller. Ich kümmere mich um die linke Ecke. Das ist mit Helix jemand. Jo, ich versuche sie zu kommen. Okay, das ist mit der Fall ist uns, aber... Okay, dann einfach warten, bis sie kommen. Helix ist gleich raus. Helix ist raus. Ja. Ich kümmere mich um den Railgun. Ich bin ziemlich leid. Mitte. Es fehlt schon in der Mitte. Ist weg, ist weg. Der könnte problematisch werden. Ah, die wechseln sich ab mit... Ja, hab ich gemerkt. War nicht schlau, nochmal die Mitte zu kommen. Außer man macht das hier. Bam, bam. Bist du mal dumm, mein Ding, ja. Einer kommt in die Mitte. Mit Dish. Er ist auf Eclipse. Ab in die Mitte. Ab in. Das Body hat mich weg. Bist du schon auf dem Mord, Chiller? Ja, der Body ist tot. Er ist auf dem Mord. Gut, ich komm mit Eclipse, ah scheiße ich wäre mit Eclipse gekommen aber da ist jemand auf der Mitte Jo, kümme ich mich drum, sauber Ist ja alles voll mit Nets Jo Na die müssen kommen Ja, so siehts aus Ein Panther ist raus Ciao Kollege Und Franz rechts kümmer ich mich gleich Booty links ist auch Ciao Ciao Booty ist raus Ich glaube die H ist raus Um die Surge kümmer ich mich Ok, war ein Doppel-TO Ich roll mir den in der Mitte, braucht er nicht Ok So gehts auch Ich komm mit Panther links Boah, Motha Bei 83 Lauf mir echt kein Problem Steh safe Ich roll mir den in der Mitte, den ignoriert er bitte kein Risiko Boah, links Body Eclipse JPH in den Motha, müssen wir holen, geht auf die Mitte Ok, ist tot JPH hab ich weg Udi links Udi links Jo, haben wir Jo, haben wir Vier gegen fünf Ich muss schnell raus, ich muss wieder umschalten auf Jo, geh mal raus Männer Ja man, ich bin hier auch mit meinem 5-5-Hanger drin oder FFA-Hanger statt CPC-Hanger Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020